Leute, kurze Info vorab, bevor das Video jetzt losgeht, ihr werdet das ganze Video nur in diesem Screen hier sehen und zwar aus einem Grund. Ich habe aufgenommen, ich nehme halt immer jetzt den Sound und das Video separat auf und es hat alles geklappt, alles schon aufgenommen, die Qualität war eigentlich auch stabil, aber das Video ist einfach weg, es war noch nie da. Ich werde jetzt gleich eine PC nochmal neu installieren, mal gucken, ob es vielleicht dann da ist, es ist nicht im Papierkopf, es ist kein Videoordner, es ist nicht bei einem Capture Card App, es ist einfach nirgends. Ja, es ist ziemlich scheiße. Ich habe es kommentiert, leider habt ihr hier nur den Kommentar, auch keine Musik, aber naja, ich dachte ich lade es vollständig, Alter, vollständigkeitshalber trotzdem hoch. Wir haben in dieser Folge eigentlich nichts so krasses gemacht, wir sind in die VIP-Lounge gegangen, in die Tage 5 und haben dort Professor Gietz Koffer geholt, wo der Schreckfluh drin ist, den kann ich euch in der nächsten Folge auch nochmal genauer erklären. Und wir haben so einen Putzfraugeist vermöbelt, der uns auch nochmal den Etage 3 Knopf gegeben hat. Aber sonst haben wir wirklich nicht viel gemacht, deswegen ja, freut euch trotzdem hier auf so ein bisschen Soundmaterial. In der nächsten Folge wird das wieder normal sein. Es tut mir leid, Leute, aber ich kann es auch nicht rückgängig machen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Leechis Mansion 3. Heute spielen wir weiter. Ich habe gerade nochmal mit Professor Gietz geredet, denn das hat es irgendwie nicht gespeichert, warum auch immer. Wir müssen ja jetzt in den Aufzug, aber guck mal her. Blub. Weiß nicht, haben wir das letztes Mal schon geholt, diese... Wir gucken einfach nochmal. Okay, ja, hatten wir uns schon geholt, naja, egal. Haben wir halt nochmal. So, gehen wir noch und packen mal ein. Ich hoffe, das funktioniert immer noch alles, nicht, dass es laggt oder so, weil das wäre echt belastend. Autsch, lol, die habe ich gar nicht gesehen. So, Geld, danke. Okay, ähm... So, wir gehen jetzt hier in den Fahrstuhl, weil wir müssen ja dieses Gerät, das er uns das letzte Mal gegeben hat, hier aufstellen. Genau. Okay, hat geklappt. Okay. Okay. Und der zweite... Nice. nice ach man immer so viel reden wir müssen ach so Oh, oh, sorry, tut mir leid, warte mal so. Ah ja. Alter, ich will das gar nicht durchlesen. Oh Gott, okay, wir müssen jetzt... Ach, nee. Okay. Ich will nicht nur zurück, so. Wir müssen... Wir müssen... Genau, da oben hin, oder? Doch. Wir müssen doch seinen Koffer jetzt suchen. Warte mal, so. Irgendwie hier hin. Ist doch... Zimmer von Keith, oder nicht? Ach, egal, komm, wir gehen einfach mal dorthin. Genau. Guck mal, was uns so erwartet dort. Die Musik einfach mal, was uns so erwähnt. Das ist doch auch noch... Warte mal, was uns so erwähnt. Wir gehen gegen Dirk... Das ist doch einfach mal. Wir gehen, weil wir sein, was uns so erwähnt. Aber ich bin... Wir gehen, weil wir... Warte mal. Warte mal. Wir gehen. Ich glaube, Luigi hat ein bisschen Angst. Aber egal. Okay. Yellow. Den Saugschuss. Okay. Der ist auch neu. Genau, jetzt müssen wir jetzt den Koffer suchen. Okay, dann sind wir doch richtig. Hier oben sind ja die VIP-Zimmer. Ach mal, Alter. Okay. Alles Geld, alles meins. So. Okay, so. Next one. Kamehameha. Cool. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir sind hier unten. Jetzt nochmal. Können wir gleich alles einsaugen. Toll, das hat ja super geklappt. Sagen wir halt alles so ein. Da liegt noch so ein bisschen was. Und das Herz natürlich auch. Das ist extrem spannend hier. Gerade. So, okay. Aber wir müssen ja jetzt so ein bisschen... Ach komm. Nimm nochmal den Vorhang mit. So. Genau. So, und jetzt gehen wir dann direkt mal zu den Zimmern. Wir müssen ja die Zimmer suchen. Kann ich diesen Wagen hier zerstören? Nee, okay, schade. Ah, der fährt auch schon. Ja, moin. Ja, und das sind auch schon da, ist da. Hallo? Achso. Okay. Och. Gut. Schreck mich immer, weil Luigi sich erschreckt. Hält. So. Okay, was ist das? Oh. Oh, tschüss. Ich will Geld. Ah, okay, warte. Ich weiß was. Was wir zu machen haben. Genau. Let's go. Noch ein Juwel. Das sind ja richtige Profis. So. Da jetzt ein Geist kommt einfach. Volle Kanne so rein. Oh, shit. Ja, toll. Jetzt haben wir wieder. Oh. Komm her, komm her, komm. Ach, komm du scheiß Kugel, ey. Wir smaschen, die geht kurz nieder. Und jetzt auf den. Oh, lol. War's schon. Oh, alter. So. Alles kaputt gehauen, würde ich sagen. Natürlich, ähm. Genau, komm doch auch mal noch. Hier hinten ist das Zimmer von Geist. Und Professor Immanuel Geist. Richtig professionell halt. So. So. Alles klar, Digga. Cool. Okay, wir gucken noch kurz hier in die Kiste. Oh, man. Oh, man. Oh, rain. Let's go. Nicht schon wieder. Habe ich doch gerade eingesaugt. Ach, man. Nee. Oh. So, erstmal. Den auch noch so ein bisschen. Aua. Ey, was soll das? Die Scheiße, wo sind die jetzt hin? Och, man. Wieso geht das denn nicht? Ey, ich verrecke ihn auch an diesem ganz normalen Geist dann. Das ist relativ peinlich. Oh, hier jetzt. So. So, wo ist jetzt der andere? Ach, hier. Das doch. Cool. So. Oh, lol. Zwei in einem. Okay. Nice. Okay. Dann. Gehen wir jetzt mal raus. Ich hoffe, jetzt von... Ah, der Ball hat noch so eine Kiste. Ja, egal. Das wäre noch eine Kiste gewesen, aber das juckt ja nicht. Okay. Gehen wir mal hier rein. Weil die muss doch jetzt eigentlich hier drin sein. Genau. Du bleibst jetzt erstmal hier. Ah, das geht ja nicht. Warte mal. Ja. Nein. Wieso geht das nicht? Ach, okay. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, es geht, aber... Ja. Weil wir können es hier nicht einsaugen. Ja, stabil. Bam, Alter. Die Aua. Hier geblieben eigentlich. Aber... Naja. Okay, also, wenn ich 10 Sekunden hinter einer Tür bin... Wo ist die jetzt hin? Ist die jetzt noch vorne oder hinten? Ich weiß es nicht. Geh hier rein. Ah, wir können doch kurz das hier mitnehmen. Oh. Stabil. Was? Keine Ahnung. Okay, dann... Ist die schon mal nicht hier. Dann müssen wir weiter. Ist eigentlich auch ein riesiges Hotel, wenn man so überlegt. Okay. Okay. Vielleicht hier. Nee. Mann, wo ist sie denn? Okay. Machen wir ein bisschen schneller, Luigi. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ah, hier ist sie. Nee, warte. Ich muss ja den Saugschuss ran machen. Komm her, komm her. Ja. Blöd, ne? Hame, 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 Alter, boah. Ach, scheiße. Wieder verkackt. Ist das hier im Badezimmer oder was? Nee, okay. Aber hier, was ist das denn? Hui. Ja, passt. Boah. Mann, ihr Mäuse. Warte kurz, oder? Ja, so, okay. Ich muss kurz was gucken. Ich weiß nicht, wo ich sie jetzt bin. Ist sie jetzt da drüben vielleicht? Oh, wie leid ist der auch? Äh, wie leid? Ja. Wie weit ist man auch? Oh Gott. Scheiße daneben. Hey, Junge, ich triff die nicht mehr. Hier. Komm her, komm her. Saug, saug, saug. Bam. Bam. Und bam. Weg mit dir. Komm, saug sie ein. Let's go. Okay. So ein Ding ist das. Okay, dann nehmen wir doch die Popper direkt mal. Oh, nice. Luigi. Oh, yeah. ứ... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, yeah. Oh, olha. Oh, yeah. Bis zum nächsten Mal.